Der Spross des Propheten Entschuldigung, wo bin ich hier? Im Himmelfreund oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unsere Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagen und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe und sehen, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wundet nie vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur für unsere Erlösung gebetet und uns nicht in... Ist das ein Neuer? Aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Kolumbia, um sich reinzuwaschen vor unseren Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn. Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt. Bruder, der einzige Weg nach Kolumbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren, und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm und werde geleuchtet!